Das Radeberger Beer-Theater erwartet im kommenden Jahr den 500.000. Besucher. Das konnte Geschäftsführer Jens Richter am Donnerstag während einer Pressekonferenz vermelden. Zudem blickt das Volkstheater schon jetzt auf eine erfolgreiche Spielzeit 2016-2017 zurück. Mit mehr als 45.000 Besuchern, das heißt mit einer Auslastung von 98 Prozent, sind die Veranstaltungen zumeist ausgebucht. Dass das so bleiben wird, sind sich die Beteiligten sicher. So stehen für die kommende Saison drei Premieren ins Haus. Mit Malzau Braut sich, aber bitte mit Sahne und Gute Ex, Schlechte Ex können sich die Besucher wiederum auf zumeist deftig, komödiantische Stücke freuen. Gerade Letztgenanntes ist so richtig aus dem Leben gegriffen, verrät Autor Holger Blum augenzwinkernd und fügt noch das Prädikat pädagogisch wertvoll hinzu. Neben dem bekannten Team um Peter Plache, Holger Blum und RSA-Moderator Thomas Böttcher wird nunmehr auch Gute Zeiten, Schlechte Zeiten-Darstellerin Susanne Kock hat regelmäßig auf der Biertheaterbühne stehen, war vom künstlerischen Leiter Peter Siebeke zu erfahren. Der Kartenvorverkauf für die Spielzeit 2017-2018 startet übrigens am 15. Mai an der Theaterkasse in Radeberg und ab 1. Juni online.